Wokun wird wahrscheinlich trotzdem relativ stark sein. Muss ich darauf aufpassen. Lydia eigentlich, ja, Lydia kommt auch mit. Es wäre eigentlich cool, zwei Begleiter zu haben. Jemand, der mehr im Nahkampf so spezialisiert ist, so wie Lydia, zum Schaden nehmen und vielleicht auch jemanden, der heilen kann. Das wäre praktisch. Aber dann wäre das Spiel wahrscheinlich schon fast zu einfach. Obwohl, man kann die Gegner immer noch viel stärker machen. Die sind ja auch nicht unbedingt schwach. Es ist der Stärke, es ist der Vitalität und starker Magiker-Trank. Na komm. Komm schon. Geht doch. Wirklich? Na gut. Natürlich falle ich dann auch wieder runter. Ah, Mist. Aber das muss ich jetzt wenigstens mir mal angucken. Ich hoffe, dass sich mein... ...mein Atem schnell genug erholt. Ja, gerade so. Aber ich muss es auch nochmal schaffen. Diesmal auch anständig. Eher von hier. Okay. Ja, und hier müssen wir jetzt leider einen Moment warten. Ich frage mich, was es da drüben gibt. Irgendwas Interessantes muss es ja geben. Danach gehen wir da drüben weiter. Und... ...noch nicht. Oh, Mist. Sehr gut. Es hat geklappt. Speichern sofort. Wirklich jetzt? Das ist es. Was ist das da drüben denn dann? Ne. Dann verstehe ich nicht, was das soll. Sieht übrigens auch sehr merkwürdig aus. Ich kann nichts machen. Na gut. Entweder bin ich noch nicht so weit... ...oder irgendwas anderes funktioniert nicht. Oh, wow. Sie sind einfach vorgegangen. Ach so, weil ich wahrscheinlich da hinten hingegangen bin. Oh, das wollte ich gar nicht. Und sie schreit schon rum. Ist sie gerade von der anderen Seite gefahren? Ja, ist sie. Zwei Draugawichte. Oh. Uh. Hier lebt auch noch alle. Da war ich mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, ob sie das alle überleben werden. Das passiert, wenn sie einfach vorausgehen. Nur weil sie nicht wissen, wo ich bin. Was übrigens auch wieder das bekräftigt, dass ich glaube, dass sie... ...nen Wegfindungsalgorithmus haben, der nicht darauf beruht, dass sie alle Wege kennen. Oh, das ist ja nicht mehr hundertprozentig sicher, ob sie auch nicht mehr hundertprozentig sind. Oh, das ist ja nicht mehr hundertprozentig. Ne, ne, ne. Okay, das Knochen mir hätte ich nicht mitnehmen brauchen. Die Tomaten sind auch immer extrem wertvoll. Was ist denn hier drin? Uh, nett. Aber ich habe irgendwie was dagegen, immer Gemüse mitzunehmen. Ich finde das irgendwie blöd. Und hier gibt es ihn, den Arcanenverzauberer. Aber ich glaube, ich habe nicht die Sachen dabei, die ich... Ja, ich habe ja nichts dabei, was ich wirklich verzaubern kann. Fällt mir gerade auf. Steinhuscher ein, nein. Wie kann Weizen bitte so viel wert sein? Das ist doch sehr unrealistisch. Stimmt allerdings, ich habe schon lange nichts mehr gefunden. Aber ich kann auf jeden Fall mal hier die Gegenstände entzaubern. Um ein bisschen was zu lernen. So. Das ist, glaube ich, die vergoldete Elfenrüstung, die ich auch trage, oder? Oder nicht? Ja, müsste ich. Was haben wir denn hier so? Gesundheit verstärken? Wäre eigentlich das Richtige. Muss nur mal kurz gucken. Ja. Ob ich die auch wirklich trage? Nicht, dass ich irgendwas verzauber... Ja doch, es ist die Richtige. Dann gab es hier doch irgendwo was, was meine Alchemie besser macht. So. Ich glaube, dafür lohnt sich das schon. 34 Punkte. Was ist das Beste? Die... Große, ne? Ja. 34. Ich meine, das ist doch ganz anständig. Oh, jetzt sagt er wieder 22. So. Und das ist ja auch permanent. Vergoldete Elfenrüstung der Gesu. Gold... Dann, ne? Veröstung der... Gesundheit. Da passt auch nicht rein. Veröstung... Dann schreibe ich wenigstens Vitalität. So, passt Elfen jetzt rein? Elfen? Nein. Elfrüstung, aber... Goldene Rüstung... Vergoldete Elfenrüstung der Vitalität. Vergoldete Elfenrüstung. Warum hat das jetzt nicht geklappt? Goldene Rüstung der Vitalität. Vergoldete Elfenrüstung. Äh... Äh... Okay, es klappt nicht. Sei es drum. Ist mir jetzt auch egal. Vielleicht, weil ich sie anhab. Das kann natürlich sein. Egal. Damit ist es jetzt... Ist das Ding wesentlich besser. Und ich hab mehr Lebenspunkte. Ich mein, theoretisch... Gib mir mal... Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Deine Sachen her. Wir gucken einfach mal. Na mal los. Weil jetzt, wo wir die Zeit... Also, wo wir das Ding schon haben... Warum dann nicht... Blocken verstärken, wäre zum Beispiel ganz sinnvoll. 21%. 1%, 14, 21, 7. Sagen wir mal... Sagen wir mal... 14%. Die gravierte Nordrüstung... Kann ihre Gesundheit verstärken. Sagen wir mal... Auch hier um... 22 Punkte. Sie braucht das nicht ganz so gut wie ich. Der Orkische Schild... Verstärkt logischerweise... Das Blocken auch nochmal. 14%. Die Nordstiefel... Da kann ich nichts ändern dran. Warum eigentlich nicht? Da ist wahrscheinlich nichts... Was richtig funktioniert. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie irgendwie krank ist. Wenn sie immer hustet und so leicht drauf geht, könnte das doch sein. So. Das, das und das kriegst du wieder. Und das auch. Ihr geht vor. Ich folge. Das müsste ihr gefallen. Sie guckt immer so ernst. Gut, dann wollen wir weiterziehen. Das war eine Falle. Puh. Habt ihr sehr gut gemacht, ihr beiden. Kommt mal her. Echt nicht besonders schlau. Okay, okay. Meine Güte. Ruhigt euch. Vogelfischschlange. Entdeckt von wem eigentlich? Von ihr vielleicht? Wahrscheinlich, ne? Das könnte auch eine Falle sein. Eine Falle. Im wahrsten Sinne des Wortes. Okay. Mal, ob das ein Schalter ist oder so. Scheint zumindest nicht so. Ist das gut? Manchmal bereitet es mir einfach Vergnügen, sie brennen zu sehen. Hm. Guck mal, das sind sieben. Insgesamt. Vielleicht bedeutet es aber nur vier und drei und man muss irgendwie das Richtige einstellen. Was fehlt denn hier? Also hier fehlt zum Beispiel der Fuchs. Wolf oder Wolf oder was das ist. Ich kann das hier auch nicht aktivieren. Gut, ansonsten wäre es erst der Vogel, dann der Fisch. Ich kann irgendwie nichts hiervon aktivieren. Hä? Hä? Finde ich doof? Ich meine, ich drücke eh überall dran. Hm. Stimmt doch wieder irgendwas nicht. Hier passiert ja auch nichts. Jetzt bin ich verwirrt. Ist das ein Bug oder so? Ich meine, was soll das sonst sein? Das ist natürlich doof. Jetzt bin ich bis hierher gekommen. Was? Das macht Spaß. Sie sagt auch nichts dazu, also... Ich bin verwirrt. Ich meine, wenn ich auch an gar keinem ziehen kann, dann... ...hat das Rätsel so oder so keinen Sinn. Gut, okay. Ich gucke mal nach, woran das liegt. Und wir sehen uns gleich wieder. Das sieht aus wie eine Art Liebelpuzzle. Wir müssen herausfinden, welches die richtige Reihenfolge ist, in der sie betätigt werden sollten. Und das wurde letztes Mal nicht getriggert und deswegen hat das Ganze nicht geklappt. Ja, dafür habe ich ein bisschen mehr gelootet davor, aber die Verzauberung noch nicht gemacht, weil die so zeitaufwendig sind. So. Ich habe mich schon gewundert, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Ich denke mal, es lag daran, weil ich kurz davor das attackiert habe und sie hat irgendwas gesagt. Oh nein. Ihr braucht etwas? Hm. Eigentlich müsste hier irgendwas funktionieren. Ach, nö. Spiel. Okay, ich glaube, mein Spiel ist hier geglitscht. Haben wir Pech gehabt. Gut, kann ich nicht wirklich was dran ändern. So wie es scheint. Sie wird mir auch ewig hinterher kommen, habe ich jetzt das Gefühl. Oh Mann, ist das dumm. Äh, ja, gut. Dann muss ich das jetzt vorzeitig abbrechen, weil ich nicht so recht weiß, wo das Problem ist. Äh, und würde dann mal sagen... Hör auf, mich zu schubsen, bitte. Ja, das war, äh, ich bin Dennis oder ClassifyP und wir sehen uns bei den nächsten Parts. Tschüss. Auf, di ferie bitte. No, Herr, seh. Tschüss. Na, ane scaryheit, bitte. �.